Willkommen im Massevideo zu Textaufgaben zum Trapez. Hol dir schnell noch einen Zettel und einen Stift. Ich zeige dir nun die Textaufgabe. Lesen wir sie uns gemeinsam durch. Tina will ihrem Mathematiklehrer eine trapezförmige Karte zum Aufklappen basteln. Sie soll folgende Maße haben. A ist gleich 70 mm, C ist gleich 50 mm, H ist gleich 4,5 cm. Nun will sie wissen, wie groß die Fläche ist, die sie beschreiben kann. Dazu rechnet sie. A ist gleich 70 plus 50 durch 2 mal 4,5. Also A ist gleich 270 cm². Hat Tina richtig gerechnet? Falls nicht, begründe den Fehler und rechne das richtige Ergebnis aus. Löse diese Aufgabe nun selbstständig. Mach dazu am besten auch eine Skizze. Hast du den Fehler gefunden? Genau, es geht um die Einheiten. Millimeter sind nicht gleich Zentimeter. Schau dir die Angabe nochmal genau an. Wir haben hier Millimeter und Zentimeter gegeben, aber Tina rechnet so, als wäre es die gleiche Einheit. Deswegen stimmt die Rechnung nicht. Ich zeige dir nun meine Skizze. Diese schaut so aus. Ich habe mir dabei rot markiert, welche Längenangaben wir gegeben haben. Machen wir weiter mit der Rechnung. Wir müssen uns nun also für eine der beiden Einheiten entscheiden. Also entweder für Millimeter oder Zentimeter. Wenn wir Millimeter nehmen, dann müssen wir h umrechnen. Und zwar von 4,5 cm auf 45 mm. Oder wir nehmen Zentimeter. Dann müssen wir gleich zwei Seiten umrechnen. Und zwar A und C. Von 70 mm auf 7 cm bzw. 50 mm auf 5 cm. Die Flächeninhaltsformel ist sehr unabhängig von der Einheit. Also können wir die für beide Einheiten verwenden. Wir müssen nur die richtigen Zahlen einsetzen. Bei Millimeter wären das 70 plus 50 durch 2 mal 45. Das ergibt 2700. Also 2700 Quadratmillimeter. Oder in Zentimetern haben wir 7 plus 5 halbe mal 4,5. Also 2700. Also beträgt der Flächeninhalt 27 Quadratzentimeter. Falls Tina beide Innenseiten der Aufklärbankkarte beschreiben will, müssen wir den Flächeninhalt natürlich mal 2 rechnen. Formulieren wir nun mit unserem Ergebnis einen Antwortsatz. Tina hat 27 Quadratzentimeter oder 2700 Quadratmillimeter, auf denen sie schreiben kann. Wenn sie auf beiden Seiten schreibt, dann sogar 54 Quadratzentimeter oder 5400 Quadratmillimeter. Ich hoffe, du konntest diese Aufgabe gut lösen. Und denk ab jetzt immer daran, auf eine Einheit umzurechnen. Der Lernzyklus zu Textaufgaben zum Trapez ist hiermit zu Ende. Aber du kannst auch bei den anderen Basic und Masse Videos zum Deltoid und zu zusammengesetzten Figuren reinschauen. Bis bald!